an sowas nicht ich kann sowas gar nicht ich habe mich sogar mit dieser komischen uschi schwergetan um sie überhaupt irgendwie ansehlich zu machen müsste was dabei rausgekommen ist kann ich auch nicht natürlich immer heimverteil also mit verabredung trainieren wer machte sowas erst müssen wir essen verdammt müssen kurz was essen öffnen ein gericht nehmen auf geht's kommen schnell essen bis die zeit vergeht wenn sie hungrig ist dann wird sie meckert sie alles klar mit verabredung flirten und trainieren geflirtet haben wir schon mehr auswahl romantik flirten das ist wieder was für punkte hier ist es ich werde er gezwungen das zu machen flirten ich würde echt gezwungen das zu machen ok haben wir geschafft das ist jetzt machen mit verabredung flirten wenn konkret haben wir auch schon geschafft nächstes verabredung massieren das ist immer kompliziert oder kurz davor händeküssen ok das klingt ganz gut wir müssen mit ihr zusammen trainieren machen wir machen wir machen mehr jetzt hat händeküssen kommt schon und vielleicht können wir jetzt massieren sogar partner nur ersten kuss ok von mir das erste kuss wer sagt denn immer dass du das machen muss dein zuhörter ja du du eigentlich du steckst mir die ganzen quest zu aber ende aber mal so am ende mai lange habe ich schon seit 2009 sieht man ja auch auf youtube danach sagten viele lana der rei immer ok spitzname war lana alles klar dann passt ja schon ihren namen angenommen ich jetzt eigentlich gar nicht mehr darauf auswählen so wie das weiß ich ja jetzt das muss ich ja die ganzen quest erledigen ich bin in andere häuser eingedrungen wo ein mann und zwei frauen waren ich habe dann mir die frauen auf geschnappt und habe es geschafft das in mehreren häuser war total lustig hier das war total lustig hier jetzt schon tächtel mächtel das muss man als end quest machen wir müssen zusammen trainieren machen wir mal zusammen trainieren müssen dass da ist direkt hier training geht es auch zusammen schon mal auf geht's lauf genug gequatscht uschi macht sie denn mit wie kann man sie denn mit trainieren lassen da du wolltest eh rennen sehen hier jetzt machen wir das lano haben wir doch gesagt hier jetzt siehst du sie gleich rennen gut nächtle allen gags bis die tage mal sehen wenn ich wieder zeit habe alles klar stefan dann schlaf schön und träum süß merke fürs besuchen bis zum nächsten mal stream läuft zwar wegen youtube noch weiter aber wenn ich mir da alles klar danke dir passt ja schon bei gtr 4 videos mit lano gab es lana der rex noch nicht ok neue quest nehmen die kredite bezahle ich nie wieder erst mal muss ich die quest machen die hier steht ich muss herausfinden wie sie zusammen es trainiert ich kann dauerntechnen echt anklicken ist ja gut nennen sie zum training anmutigen auf geht's ok haben wir gemacht fertig mit verabredung witzeln wieso müssen wir witzeln leute was für ein blödsinn mehr auswahl wo ist denn wo macht man den witze hier unfug gemein lust lustig ist so lustiges witz ok über mode scherzen dreimal mehr auswahl lustig lustigen witz erzählen mehr auswahl lustig schmutzigen mit erzählen das ist doch was für uns hier beste quest nehmen 50 kilo ab das kommt das kommt noch auf jeden fall also ich will sie nicht rennen sehen du hast doch gesagt sie soll laufen also hier ich erfüllte deinen traum hier schauen wie du gesagt hast jetzt müssen wir weitermachen höre auf die zeit läuft aufzulaufen tiefgründige gespräche jetzt kommt der schmarrn schon wieder die macht mich fertig hier tiefgründige gespräche verabredung was hier müssen wir auch noch freundlich kennenlernen wer es erst mal kennen lernen wir sie kennen dann gehen wir mal kurz dahin dann können wir sie vielleicht danach massieren jetzt gehe ich nur noch so als pflicht ins bett mit ihr das ist schon böse mit nancy scheiß doch auf plaudern gehen gehen dahin alter wieso verschwindet das einfach verrückt anfunkeln wir müssen ja nicht mehr so viel zeit hier tiefgründige gespräche führen mehr auswahl freundlich das schwierigste für den gags tiefgründige gespräche daran scheitere ich heute immer oh mann gags das ist so lustig bei dir bei sims komm nicht vom pc weg muss aber pennen alles klar deutsche panzer rollen wieder ein schlaf und schlaf schön hier musst du wieder arbeiten nach der ansichtssache leute macht man nicht aus der mücke den elefanten los erst mal pfangen kuchen für unser dicky geiler nicht ich komme auch nicht mehr weg ich gehe 23 auf einer party so noch ewig hin 15 uhr arbeiten ich muss ich habe es erst total schlimm ich muss tiefgründige gespräche mit einer frau führen leute das ist sehr schwierig keine ahnung das geht nicht freundlich hier hey captain thanks for the follow buddy appreciate it enjoy the show have fun and greetings from munich germany wherever you are this whole white world hey merci für den follow hab spaß genießt die show und liebe grüße aus münchen wo auch immer dich da draußen befindest schon an verzweifelnde gags tiefgründige gespräche führen oh mein gott tratschen und ich krieg sie von dieser scheiß stange nicht mehr los hier die möchte immer noch weiter trainieren hier spitz übsch bedrängt verrückt an funke nein du gefälligst irgendwas tiefgründiges machen fest in der geschichte erzählen nein mit nach kleinen er gut macht man noch kredite nach kleinen kredit fragen hier haben wir jetzt ja die wand dann ist es halb so schlimm nach kredit fragen schon mal nach kleinem aber jetzt fragt sie niemals niemals sagt sie nicht schau gibt es nicht genau tiefgründigen gespräch wie habe ich das gemacht hat anscheinend geklappt tratschen einfach nur tratschen hier ja danke er hat ja nicht geklappt das muss man bei einer machen die noch mehr verliebt ist in uns hier tiefgründige gespräche hier nennt sich verrückt an funke tag verschönern freundlich fest in der geschichte kompliment kreativ mehr auswahl tag schöner repartur nach kleinem kredit fragen muskeln zeigen tiefgründige unterhaltung hier so viel zeit wir haben nur noch eine stunde zehn minuten hier stream 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 streamer oh hello hey hello buddy how you doing my friend oh guck dabei die wandern ja danke oder wenn die frauen sowas sagen einfach nur nicken zustimmen so wie charlie ich verstehe ich verstehe ich verstehe ich verstehe haben wir jetzt müssen sie nur noch massieren mehr auswahl romantik meistens können wir sie massieren nach dem techtelmechtel auf geht's wir haben 58 minuten zeit komm action jackson auf geht's schnell 41 minuten zeit mach mal hin wir müssen noch massieren üben 30 minuten acht schafft man nicht mehr aber ich habe eh gold von daher passt ja eh seid endlich fertig wow die hat ja was schickes an Leute hier strapse oder was hier wow das ist ja interessante Cosetto oder wie wow naja ja ja jetzt kann man ja massieren oder jetzt im nachhinein fragen ob es single ist haha ja das war kein kriege noch mal techtelmechtel massieren ich will massieren mama und amt romantik mehr aus aber machen wir gleich noch ein techtelmechtel wenn es eh nicht geht haben wir eh die quest geschafft passt schon geil die alte gell nochmal instant auf geht's round two fight ich habe eh gold geschafft passt als nächstes wird es ganz krass leute wir müssen mit zwei sims schluss machen klicke auf dein schatz einen sim und wähle in der kategorie böse das ist für junes böse die sozialaktion sich trennen klicke auf dein schatz klicke auf dein schatz klicke auf dein schatz eines Sims und wähle in der Kategorie Böse, die Sozialaktion sich trennen. Dafür kriege ich 250 Belohnungspunkte, das ist ja krass. Wie kann man das denn machen, Schatz, sozial? Wo soll ich denn klicken? Klick auf den Schatz eines Sims. Aber erst müssen wir zusammen sein. Machen wir das mit ihr? Trennen und wieder zusammen und sowas. Macht das 100% Pro immer böse sein. Jetzt fragen wir sie erstmal, ob sie hier, da, hier haben wir mal hier Pause gemacht. Und zwar mehr Auswahl, Romantik. Genau, bitten Freundin zu sein. Auf geht's. Wie, da ist eine andere. Die sieht doch genauso aus, ne? Dann nehmen wir halt die. Ist das die Summer, oder? Ein Kusshauchen. Schau, kommt die nächste hier. Guck mal hier. Die, vergess mal. Kommt die nächste. Ja, die ist ja weg. Wir haben ja die nächste vor der Tür schickt. Kein Problem. So, jetzt haben wir die nächste schon. Hey Baby. Okay, hat geklappt. Gefällt dir. Mehr Auswahl, Romantik. Mehr Auswahl. Erstmal direkt Techtel-Mächtel, oder? Fangen wir mal so an. Mitte eins und jetzt fertig. Oh, ist das, ist das hart. Oh, Mann, ist das hart hier. Mein Wecker hat geklingelt. Ach du Scheiße. Hast du vergessen, ihn auszustellen? Oder musst du heute raus? Oh, das Röckchen. Nein, das Röckchen. Ja, jetzt. Die andere ist doch gerade raus. Und jetzt haben wir einen Abstand von ein paar Minuten. Haben wir doch gleich das nächste hier am Laufen. Aber wir haben ja einen Plan. Wir müssen, wir müssen mit ihr Schluss machen. Also dafür müssen wir erst mit ihr zusammenkommen. Deswegen ist das die erste Möglichkeit. Ich mach das normal nicht so, aber das ist eigentlich Quest hier in dem Spiel. Also verurteilt mich nicht. Wie das bestimmt Junes gefällt hier. Und jetzt geht's ab, ja. Gags, die geht doch noch zur Schule. No. Tut sie nicht, ne. Ja, hab ich. Ah, okay. Das ist doch doof, hier. Du hast vergessen, ja. Oh, du Scheiße. Musst du immer aufstehen um 6 Uhr, oder wie normalerweise. Gags, mach dich lieber mit anderen Schluss. Hat es doch so viele. Ne, ich versuche dann Schluss zu machen. Dann tue ich sie wieder beschwichtigen und dann muss ich ja ich muss ja zweimal Schluss machen. Boah, das ist ja so krass, ey. Wow, erstmal duschen. Erstmal duschen. Oh, das ist ja so krass. Oh, das ist ja so krass. Okay. Okay. Vielen Dank.